Wer in Sachen Innovation und Inspiration die Nase ganz vorne hat, ist Saviva. Saviva ist eine Vereinigung, eine Allianz von sogenannten Food-Experten. Ein Geschäftsbereich ist der CCA Angern. Unser Mano Gamma unterhaltet sich mit dem Martin Angern. Herr Angern, was ist der Nutzer für Sie bei der CCA von dem Verbund Saviva? Saviva ist vor allem ein Nutzer für unsere Kunden. Das bringt eine breite Palette, wo wir direkt Zugriff haben auf Schweizer Produkte und auch die Zusammenarbeit. Die Kunden, die beliefert werden, haben wir zusammen mit der Scana, mit Leuchinger und Schmid. Und die Kunden, die den Cash & Carry einkaufen, profitieren von Sortimenten und guten Beschaffungskonditionen bei ihrem Einkauf. Jetzt haben alle zu dieser Saviva gehörigen Firmen als Thema Inspiration. Wie setzt ihr das um bei der CCA? Die CCA hat ja ein riesiges Sortiment von über 25'000 Artikeln. Und bei der Inspiration geht es darum, Frischprodukte, Getränke, Food, Non-Food gut zu kombinieren. Und diese Kombinationen kann man eben inspirierend machen. Und das auch erst recht am Verkaufspunkt. Jetzt, wenn man ihren Stand anschaut, dann sieht das für mich als Konsument eigentlich gar nicht mehr nach der CCA aus. Was steckt dahinter? Das ist ja mehr ein Restaurant. Ich finde es cool, dass sie sagen, da sehen Sie ein Restaurant. Das ist das Ziel von diesem Stand. Wir wollen näher an den Kunden sein. Und haben uns wirklich da mal in unsere Kunden hineinversetzt. Und haben da Inspiration gezeigt, wie sie auch in einem Restaurant sein können. Und woher wollen wir dann mit der CCA? Das Thema Inspiration oder näher bei den Kunden sein, das ist eigentlich unser Ziel. Einerseits kann man sagen, sind wir ein Lebensmittelhändler. Auf der anderen Seite aber eben ein Lösungsanbieter. Und ein Mehrwertanbieter für unsere Kunden, der alle diese Produktebereiche kombinieren kann. Aber jetzt geht ihr eurem Stand ganz nahe in ein Einzelprodukt. Ihr bietet Smoothies an, Milchshakes, Häppli. Das hätte ich auch nicht mit der CCA assoziiert. Was steckt da dahinter? Das ist das, wo die Kunden sich auch für bei uns Rohprodukte einkaufen und machen daraus ihre Kreationen. Manchmal auch Convenience-Produkte, die sie kombinieren. Und das ist eigentlich das. Unsere Aufgabe ist, den Kunden zu helfen, für ihre Gäste gut zu sein. Und das, glaube ich, ist auch die Zukunft. Wenn wir den Kunden helfen können, dass sie bei ihren Gästen Erfolg haben. Die Zukunft ist auch die Neueröffnung, die bald da steht, von ihrem Markt in Spreiterbach. Was dürfen die Kundinnen und Kunden dort erwarten? Fast so viel wie hier am Stand. Es wird uns gelingen, in Spreiterbach die Inspiration, die Kombination der Produkte näher zu bringen. Den Kunden den schnellsten, einfachsten und noch günstigsten Einkauf zu ermöglichen. Und das ist in Spreiterbachs Ziel, das wir haben. Und wir haben sehr, sehr gute Rückmeldungen schon von unseren Kunden. Das heisst, aus möglichst wenig, möglichst viel machen. Sie haben es auf den Punkt gebracht. Danke vielmals und viel Erfolg. Merci.